Okay, Main Quest. Na, jetzt. Ring. Ring der Macht. Wiederbeschaffung des neuen Ring gibt dir die Macht, deine Feinde zu beherrschen. Es ist an der Zeit, eine Armee zu formen. Genug von deinem Gequatsche, Bruce. Ich töte dich jetzt vor den Augen all dieser Orks. Oh, ich habe immer gesagt, du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Der ist intelligent. Oh, Scheibenkleister. Ich mag ihn. Ja, Gefolgsleute rekrutiert werden. Greife einen Hauptmann zur Rekrutierung so lange an, bis er bricht und halte E gedrückt, um ihn zu beherrschen. Er leidet Schaden durch Hinrichtung, leidet Schaden durch Explosionen und durch Bestien. Ja, kommt nur her. Man kann nie zu viele können. Beschuss sich ja, naja, toll. Wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf, umso wenig wie möglich. Wenn der Oberherr zwei Köpfe hat, wenn man einen davon trägt, es wird... Guck mal, die Jungs da weg. So. Nein. Wow. Du willst mich wohl durchbohren? Was? Mit dem Schwert kannst du mich höchstens kitzeln. Aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Oh, ist okay. Du bist kein Frischling. Muss ich ausweichen. Aber die haben doch den Kopftreffer. Ne, der ist absolut beschusssicher. Hey. Was war das denn mit dem durch die Beine durchglitschen? Ja, genau. Ah, ja, ja, ja. Ja. Gibt halt keine speziellen. Ups, und da habe ich die E-Taste nicht getroffen. Na, nicht drüber. Space. Nochmal Schwein gehabt. Space. Space. Eee, 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 eee. Space. 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 Wo ist der schnell? Space. Space. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Hell oder dunkel ist mir doch gleich. Solange ich das Rückgrat meiner Feinde ausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr werdet uns wahren hier wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever. Was man bei Zweiköpfen auch erwarten würde. Töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Das schaffen wir nicht allein. Versammle deine Truppe. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Der ist so geil. Der ist ja echt der geilste Charakter in dem ganzen Spiel im Moment. Super nice. Ach, das hat Freude gemacht. Ah, war der geil. Ah, geil. Bruce, oder Bruce, will dir dabei helfen, den Oberherrn zu besiegen, um die Festung von Nurt zu erobern. Halt der Escape gedrückt, um das Armee-Menü auszurufen. Äh, 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 äh. Der stärkste Kämpfer des Oberherrn sind Häuptling. Ne, 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 ne. Da müssen wir also noch ein paar ausknipsen, so wie ich das sehe. Äh. Hm, oh, ich kann den selbst auch leveln. Tja, mal geil. Okay. Sehr geil. Aha. Cool. Mhm, das ist Bruce. Der Abhacker. Der ist geil. Hat Spaß gemacht. Hätte ich den ja auch vielleicht mal rekrutieren können. Ja. Äh, Inventar. Da haben wir wieder ein paar Diamanten. Charakter. Ich habe wieder einen Fertigkeitspunkt. Wo kann ich den ja reinstecken? Äh, Frost annageln. Nö, 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 nö. Uh, was gibt's hier? Erfolgreiche Schwertangriffe bringen deutlich mehr Macht ein. Äh. Also, okay. Drachenreiter. Das, äh, war notwendig. Den Feind zu schwächen ist wichtig. Aber noch wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen Truppen zu stärken. Jep. Also muss ich jetzt noch mehr von den Fuzzis rekrutieren, wenn ich das richtig verstehe. Okay, wo geht's denn jetzt lang? Jo, unser Gegner ist ja markiert, ne? Der sitzt hier. Der ist noch weit. Also machen wir erstmal hier den Schrein frei. Das haben wir ja schon so oft vorgehabt und immer noch nicht gemacht. Also ich meine. Damit natürlich. Irgendwo. Äh, fehlt mir nur noch der. Okay, Sun. We'll watch. Come on, du gehst auf dem Kicks. Mia. Hey, gott. Oh, 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 oh. Ich habe hier gerade keinerlei Überblick mehr. Ah, Alter, geht hier mal auf dem Senkel. Jetzt wird es Zeit. Bei dem nervt mich da gerade ein Burgerschütze. Kann ich auch. Mann. Ja, gib dem doch mal einen. So ein cooler Move. Darf ich jetzt weiter? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist alles soweit clean. Da oben ist ein weißer als das meiner. Er ist rekrutiert. Den Bogenschützen könnte ich mir vielleicht mal holen. Gebt immer noch neun von ihnen. Hast du das... Leide! Nein! Nein. Ich bin bei der Bezalung von Minas E. Die Reichelge haben uns fast aufgehalten. Ja, bis die Nazgul sie einfach dann. Hey, es ist der Walddorf. Ja, ich habe den da angeguckt. Das reicht normalerweise. Das ist mein Informant weggelaufen. Wer sagt das? Kann ich nicht rekultieren. Aber mir Energie holen. Okay, ich muss den Turm da hoch. So. Zack. Oh, das sieht richtig cool aus, ja. So, wir reinigen. Oh, schick. Hier ist noch was. Ups, da war was. Hm, wo? Okay. In der Felswand. Ja. Ah, da haben wir das. Wird aber immer noch was. Echt cool aus, wenn man so guckt. Ach, da war ich echt cool gemacht. Da. Und der letzte. Endlich ein Schnellreisepunkt. So. Neu. Demarkiertes Ziel. Weiß ich mal gehen, was ich mal gehen, was ich mal gehen. Guck mal meinen die Aufträge. Hier. Denn hier Mainquest, ne? Gondor-Aufträge. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Das ist auch zu 100% fertig. Okay. Eritiel-Aufträge. Brutale Natur ist auch fertig. Belagerungsauftrag ist leider auch noch gesperrt. Ich kenne eine Mainquest-Aufträge mehr. Gut. Ja, ist wahrscheinlich noch zu. Teils ansehen. Balle. Guck der Köpfer hat seine Feine. Okay. Dann muss ich mal gucken, dass ich hier... Was war das mit Kriegsbuch? Irgendwie so? Ja, beherrsche Hauptmänner, um dich für den Angriff vorzubereiten. Muss ich einen finden, ne? Du musst mehr Gefolgsleute rekrutieren und... Ja, gut, okay. Wir sind jetzt hier. Ein Hauptmann. Dann werden wir uns diesen Hauptmann jetzt mal krallen und auch rekrutieren. Naja. Ob er eine Wahl hätte. Werden wir erfolgreich sind. Oh, hier ist alles cool. Party-Dynamik. Da. Ich will den Dicken. Nein, 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 nein. Kleine Zinnsoldaten sind bestimmt auch nicht schlecht. Warum treibt sich auch einer rum? Den hole ich mal schon besser vorher weg. Uh, X. Da ist jemand. Aha. Bestie Zähmer. Wie ist das passiert? Der Hauptmann verloren? Ja, klar. Hopp. Er ist entzürnt. Was auch immer ich davon halten soll. X. Ja, da habe ich keine Infos drüber. Gibt es aber noch mehr Hauptmänner, wie ich das sehe. Komm, wir versuchen den mal zu brechen. Und tot? Na wunder, toll. Okay. Bleibt noch einer. Sehr schön. Jetzt machen wir jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. Oh, ja. Okay. In Richtung. Okay. Glaubst du? Ich hätte zwar gerne ein paar Elbengeschosse mehr. Ja? Oh, du bist aber ein Nervenkätzler. Ah, Sprungblockade. Okay. Oh, du bist aber ein kleiner Hund. Ja, ich weiß, was ich mache. Fünf für Elbengut. Oh, du bist aber ein Nervenkätzler. und da ich nicht zurück dieses zieht sich zurück nein feiger hund stoppt unterbreche deinen angriff ok beschämensstufe senken kampf bis zum tritt rekrutieren wir wollen ihn rekrutieren was soll ich wirklich rückzug für mich weiter kämpfen oh du vergrößerst schon dein machtbereich sehr schön weißt du was du solltest den da zu deinem leibwächter machen wer sich in mordor ein namen machen will braucht einen oder zwei also außer mir ist doch klar bevor mir auf dem schlachtfeld jemand hilft schneide ich mir lieber die kehle durch aber du du könntest etwas hilfe brauchen ist doch keine schande der ist so genial markiere deinen neuen gefolgsmann ich verstehe gerade jetzt nicht ja der ist gesperrt ist mir klar äh befehligen gobu ok äh äh hier was größeres ziel markieren ich will an die dicken ran da neue verbesserung leibwächter herbeirufen drücke 2 um zugewiesene leibwächter herbeizurufen danke äh ganz ruhig jetzt erstmal gucken wo mein nächstes ziel englisch ist äh lagerraubzug können wir machen jetzt alles schritt für schritt irgendwas greift ah da karagor eilig die gist benommen oh ja den will ich äh äh ne nicht den da hau ab ja ich wollte den eigentlich zähmen also doch den will ich aber lebendig schwere ich schwere ich den seine leute habe ich jetzt alle aufgedeckt sehr gut dem fehlt nur noch der hier bestien futter na gut warum treibt er sich denn hier rum ich hasse dich naja da muss ich hoch ok den einen will ich haben hab ich den will ich auch man weiß ja nie wofür das gut ist ne ah mein mannequin da unten ist ja zirrend hoffentlich geht er nicht kaputt ja 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 ja